moin moin und wunderschönen guten tag zu einer weiteren folge von tunic und wir sind dabei unsere kräfte wieder zu holen jetzt fangen wir erst mal an glaube ich die kräfte hier drüben einmal hin also wir haben jetzt schon unser ausdauer und unsere verteidigung wieder geholt und ich behaupte mal hier kriegen wir auch noch irgendwas mal speichern hoch geht gut dann gehen wir mal raus hier also auch bei einfacher weitergeht weiß ich nicht muss mal schauen ostgewölbe hauptebene doch hier gab es auch irgendwo ein ein grab des helden ich glaube es war einfach nur durch das nicht diesen weg jetzt oh komm schon die wirklich echt blöd sind durch werden abhauen hier wir kommen hier auf so gut gut ein wie hoch brauchen wir gleich die kämpfen das schon mal was kriegen wir hier was kriegen wir hier was ist das was ist das ich kann es gar nicht sehen ist unser leben ja unser leben ist das nicht doch unser leben okay gut aber die sache auch schon wieder dann fehlt uns auf jeden fall noch unsere schlagkraft also unsere attacke weil diese sehr sehr schwach die wir haben können wir hier rauskommen ohne dass wir angegriffen werden hier wir eiern einfach hier durch scheiß auf die gegner na komm geh noch hier raus oder nicht ja so ja cool dann gehen wir gleich wieder zurück und dann probieren wir den anderen teleporter noch aus da müssten wir auch irgendwo hinkommen wo es einen gibt den im wester garten im westgarten den haben wir schon besorgt dass das schon mal etwas was schon gemacht wurde also da haben wir unsere verteidigung bekommen wo wir die ganzen anderen finden weiß ich allerdings wirklich nicht bin ein bisschen gespannt so den der mitte kann man nicht nehmen da wissen wir ja kommen wir zum ding ist der hier ich weiß nicht welcher das war mist kommt der falsche gewesen sein ja okay gucken wir mal hier einmal speichern vorher aber ist ja nie außerdem haben wir dann volles leben ja hier ist er denn der erbe niederlage heiliges kreuz okay ich bin gespannt okay hier sind überall diese dinge das heißt die weisen uns so ein bisschen den weg also und nochmal runter oh hier sind wir halt da das sind gegner Wow Okay Oh Bin zu langsam Bin zu langsam So Platt gemacht Da ist noch so ein Gegner Ich weiß nicht Aber hier passiert sonst nichts Ich muss auch angreifen Oh Okay 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 Stamina aufladen Hier Auto aufladen Oh Jetzt ist es eng Oh Back hier So Huiuiui Aber kein Leben mehr Passiert hier irgendwas Ich dachte jetzt hätten wir irgendeinen Ach guck mal tatsächlich ist hier etwas aufgetaucht Okay War es gerade eben auch schon da? Nö Das wäre auf jeden Fall ein neues Heldengraben Gucken was wir da bekommen Ich würde gerne mal einen Angriff wieder haben Wenn es geht Ne das ist die Magie Naja Haben wir die Magie jedenfalls wieder Das ist ein bisschen blöd Also gut Nein in dem Sinne Aber blöd für mich Ich hätte jetzt lieber eher die Angriffskraft wieder Die liegt da vorne Die müssen wir auch noch suchen Also bevor wir gegen den Oberboss kämpfen können Müssen wir wahrscheinlich die Sachen erstmal finden Okay Können wir auch wieder hochgehen Ne Ja Machen wir auch gar kein Leben Ne Huch Mal speichern vor Dass wir auch alles haben Ne So Und wieder zurück Die drei Sachen haben wir wieder bekommen Hier gibt es auch was Wo kommen wir denn da hin? Wo kommen wir denn da hin? Das ist die Frage Okay Ist der Anfang Also ziemlich Anfang Der Wald ist das Waldstück Gibt es dir auch irgendwas mit? Hellengrab Na hellengrab reicht es ja nicht Ne Da Ah Mist Müssen wir die von oben runter holen Dann schaffen wir das nicht Okay Die von oben runter holen Jetzt haben wir noch so ein Ding gefunden. Vielleicht ist das ja die Attacke. Das wäre ganz wunderbar für mich. Würde ich sagen. Ja, Angriff. Das ist ein Angriff gewesen, oder? Ich glaube schon. Ich meine, das war der Angriff. Lass uns mal kurz gucken. Ja, es fehlt uns noch Trank. Das Trankding schlägt da oben auch noch. Wo das ist, weiß ich allerdings nicht. Keine Ahnung, müssen wir gucken, ob wir das auch noch finden. Weiß ich jetzt gerade überhaupt nichts. Vielleicht gibt es doch noch einen geheimen Weg gleich da, wo wir gerade eben schon längst gegangen sind. Oder auch nicht, warte mal. Und zurück. Hier geht es auch noch einen Weg, oder? Na, guck mal. Wo wir da hinkommen. Das ist der Anfang, ne? Das ist der Anfang. Hier haben wir ja den Helden-Ding schon geholt. Wo brauchen wir hier nicht hin? Oder müssen wir hier unten nochmal runter? Gut, hier haben wir den ja schon. Das heißt, die müssen hier nicht nochmal nennen. Gibt es ja noch einen geheimen Weg. Mal gucken. Die ist ja eigentlich aktiv hier, ne? Komm, hier oben muss man was machen. Ne. Da legen wir die Sache rum. Gut. Da hinten schimmert da noch einer. Hinter diesem Ding. Kann ich da nicht hinkommen, irgendwie? Ne. Vielleicht hier längs. Geht nicht. Blöd. Aber ich sehe, dass da noch einer ist. Ne? Seht ihr das auch? Also, wir haben jetzt ein paar Wege gefunden. Aber hier hinten ist auch noch einer. Der ist aber versteckt. Da kommen wir nicht ran. Ne, da kommen wir wirklich nicht ran. Shit. Kurz überlegen. Hier waren wir schon. Trotzdem können wir ganz kurz nochmal speichern hier. Wo kann es denn noch einen geben? Wo kann es diesen Trank geben? Was ist denn ein Trank so wichtig, frage ich mich gerade. Hilft er uns? Da kriegen wir mehr Heilzeug, wenn wir uns heilen, ne? War das das? Ich meine schon. Also mehr pro Trank. Aber rein theoretisch. Sollen wir versuchen, die Tante anzugehen? Ich weiß nicht, ob das das bringt jetzt schon. Aber wenn wir schon mal hier sind. Da brauchen wir dafür noch bestimmte was. Ich teste es mal. Sollen wir versuchen, die Tante anzugehen? Oh, hier eine Rolle machen soll. Okay, das schafft man nicht, das schafft man nicht. Da brauchen wir noch ein bisschen. Die Tränke sind zu wenig. Und dann brauchen wir ein bisschen mehr Power, glaube ich. Gut. Also lass uns mal überlegen, wo wir hin können jetzt. Können wir noch vorstellen, dass man vielleicht oben bei diesen Bergen, dass man es da noch probieren kann? Ich weiß es aber auch nicht. Wisst ihr, wenn man da hochkommt, wo dieses Tor, also in diese Schneelandschaft? Ich weiß jetzt auch nicht, wie wir da am schnellsten hinkommen. Wahrscheinlich hier drüber, ne? Wenn ihr mir folgen könnt, wisst ihr, was ich meine? Was ich meine? Es ist hier oben irgendwo, aber... Was war hier nochmal? So, warte mal. Hier ist auch wieder so eine Tür, wo wir nicht rein können, weil wir dieses heilige Kreuz nicht haben. Was ist das denn hier? Fragezeichen? Okay. Keine Ahnung. Konnten wir vorher noch nicht hin. Ist das neu für uns? Also hier geht es anscheinend nicht weiter. Okay, können wir uns einmal speichern. Das machen wir auch. Was ist hier oben längst irgendwo? Wo geht es denn? Wo geht es denn zu diesen Bergen? Ich weiß das nicht mehr. Ich bin gerade echt über... Ah, doch, hier geht es hoch, ne? Hier geht es hoch zu diesen... Da sind wir ja nie längst gegangen. Vielleicht macht das jetzt Sinn, das jetzt zu machen. Ich weiß es nicht. Okay. Kann ich nicht so viel machen. Ach, das sind diese Minen, wo wir waren, ne? Plus von der anderen Seite. Okay. Wenn da sowas ist, dann ist es auf jeden Fall der richtige Weg. Wenn andere würde keinen Sinn ergeben. Ja, das macht schon Sinn. Ich glaube, wir sind hier richtig. Eigentlich kann ich auch speichern. Ah, perfekt. Wenn man speichern kann, kann es auch nicht ganz so verkehrt sein. Also, wir gehen mal da rüben, da rein erst mal. Gucken wir ja. Das Kloster... Ja, stimmt. Ach, das war das, wo wir... Eigentlich brauchten wir hier eine Gasmaske, ne? Oh. 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 Wir haben nicht so viel Leben verlieren. Was ist hier? Kissen. Okay. Und dann geht's... Huch. Oh, hier geht's nicht weiter. Oh. Wer ist er denn? War der gerade eben auch schon da? Nee, war der ja nicht. Ah, haben wir ein bisschen Magie da fallen gelassen. Jetzt können wir hier hoch. Ist frei geworden. Ja, ich wusste, hier oben war das hellgegab. Ich hab das auch noch in Erinnerung. Deswegen, gut, dass wir es haben. Das ist unser letzter, ne? Glaube ich. Also unser letztes müssten jetzt die Getränke sein. Die Getränke. Die Kaltgetränke. Nein, jetzt müsste auch hier das Getränk sein. Also unsere Porsche. So. Gut, jetzt haben wir alle. Jetzt haben wir, glaube ich, alles wieder voll. Alles haben wir eingesammelt, was es hier gibt. Die praktisch ist. Aber gestärkt für den Gegner finde ich mich trotzdem nicht. Aber guck mal. Es gibt ja auch ein heiliges Kreuz noch. Vielleicht können wir da noch ein paar coolere Sachen finden. Bevor wir gegen sie antreten. Das ist schon so kaputt. Das ist gut, dass wir gleich wieder speichern können hier. Wir speichern. Und ja, das soll es gewesen sein. Jetzt haben wir uns alle unsere Kräfte wieder. Und beim nächsten Mal schauen wir nach, wie wir das Ganze, ja, attraktiv gestalten können, dass wir den Boss besiegen können. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.